So, wir sind jetzt in Grinau, 26.08.2016. Das Schild war ja wohl nicht ernst gemeint, hier wird durchfahren. Hier ist alles offen, das ist ein Altersheim. Ein Riesenkomplex. Einmal im Jahr, feiern sie noch ein bisschen. Spend ihr mal Bier, das ist auch gut. So, wir wollen aber links. Das Haus ist jetzt weg. Da würde ich noch ein paar Schulkaufen kaufen. Ja, das ist ein Fachmann. Dann macht's mal jemand schweißen. Ein bisschen Werbung in eigener Sache natürlich. Schleichwerbung. Jetzt werden wir sowas. Jetzt wollen wir hier proben. Die Insel, ich weiß mal das. 2.000 Euro, glaub ich, gebraucht. Das ist so lange hier. Tschüss.